Schönen guten Abend. Es ist zu viel rangezoomt. Ich bin so ein Unbox-König. Wann habe ich das denn zuletzt mal gesagt? Ich lebe noch! Naja, was? Ja. Ihr wisst Bescheid. Ihr wisst es einfach. Und zwar ist das hier The Walking Dead Staffel 8. Exklusiv. Und da bin ich sehr stolz drauf. Exklusiv. Art-Karten-Set. Ist also richtig brutal. Rick hat also gedacht, so nö. Nicht allein auf dem Cover. Wird langweilig. Da hat der Derry da mitgeholt. Nehme ich an. Wer schon bei Staffel 9 ist, weiß schon, was abgegangen ist. Staffel 8. Super. Wir machen das jetzt mal auf. Ganz klassisch. Keine Fingernägel mehr. Leben am Limit. Kennt ihn. So. Direkt schon mal. Ach, wie lange habe ich kein Unboxings mehr gemacht? Tür hier oder sowas. Keine Ahnung. So, auch schnell machen. Keine Zeit mehr. Kennt ihn. Das Cover finde ich mega geil. Die Seite ist auch super. Hey. Sehen wir da gute Nier. Negan und der Rick. Und dann haben wir Daryl, Ezekiel, Karl und Maggie. Hier sehen wir noch mal 16 Episoden. Laufzeit 763 Minuten. Plus Bonusmaterial 268 Minuten. Läuft komplett. So. Machen wir mal ein Pappschuber weg. Da haben wir hier, ähm... Ja, haben wir hier, ähm... Ja, haben wir hier, ähm... Ja, haben wir hier, ähm... Negan, Daryl. Daryl geht auch immer weiter. Äh, Carol und Eugene. Alles klar, Eugene. Auf dem Cover. Man kennt ihn. Nicht. So. So. Jetzt. Jetzt kommen die Karten. Jetzt bin ich mal richtig gespannt. Jetzt bin ich mal... Ich bin gespannt. Also, Karten hatte ich noch nie. Kann ich so einen Rahmen machen oder so. Hat keine Ahnung. Man kennt ihn. Boah. Stehen wir zusammen, Klassik. Wen haben wir denn hier? Wir haben... Einen guten Rick. Bisschen abgeschnitten. Alexandria steht da. Äh... Sanctuary. Negan. Geil. Wehe, das kennt Daryl ja jenastisch komplett aus. Hilltop. Maggie. Kingdom mit Ezekiel. Ocean's Halt mit... Soll'n der Scheiß. Wo ist denn der Daryl hin? Soll'n der Kack. Naja, jeder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt einen Daumen nach oben. Oh, ja. Kein Daryl. Okay. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.